Seit Anbeginn der Zeit sammelt der Mensch Informationen. Der exponentiell wachsende Datenberg stellt immer höhere Anforderungen an Methoden der Datenspeicherung. Anerkannte Wissenschaftler prognostizieren, dass das Gewicht herkömmlicher Storage-Lösungen die Erde bereits 2012 aus ihrer Bahn werfen wird. Glücklicherweise haben wir die Lösung. Wir haben ein Netzwerkspeicherprodukt entwickelt, das all ihre Storage-Probleme ein für allemal lösen wird. Vergessen Sie herkömmliche Silizium-basierte Netzwerkspeicherlösungen. Vertrauen Sie in die Speichergurke. Schließen Sie die Speichergurke einfach an Ihr Netzwerk an und sichern Sie alle Ihre Daten auf der Gurke. Werfen Sie nicht länger das Fenster zum Geld heraus. Mit der Speichergurke erhalten Sie ein innovatives Serverrezept für Kapazitätsmutige. Die Speichergurke ist das Ergebnis von 74 Jahren intensivster Entwicklungsarbeit. Regenerative Redundanz, negative Bootzeit, kompetent und zumutbar. Das Rundum-Sorglos-Paket für Ihre private Vorratsdatenspeicherung. Komplizierte Linux-Lösungen und Storage-Attached-Network-Solutions gehören der Vergangenheit an. So macht Speichern Spaß. Warum noch überlegen? Informieren Sie sich jetzt unverbindlich über unsere NAS-Lösungen. Besser als herkömmliche Produkte. Ich bin stolz, Ihnen als Chef der Firma Speichergurke mit der Speichergurke ein neuartiges, revolutionäres Speicherkonzept präsentieren zu dürfen. Besuchen Sie uns im Internet auf www.speichergurke.de oder wenden Sie sich an unsere freundliche Info-Line. Wir wollten es genauer wissen. In einer repräsentativen Studie haben wir ein konventionelles Storage-System gegen unsere Gurkenlösung antreten lassen. Bereits nach kurzer Zeit erliebt das konventionelle Produkt den Belastungstest. Alle Daten sind unwiederbringlich verloren. Wir wagen den Vergleich. Durch unsere streng geheime Technologie können wir selbst bei 99%igem Verlust des Fruchtfleisches immer noch mit dem Bleistift auf Gurkenkerne zeigen. Speicherhardware von übermorgen. Erfahren Sie mehr auf www.speichergurke.de Dafür stehe ich mit meinem Samen.